Die Leute können mich telefonisch erreichen oder auch eben hier im Geschäft. Ich kaufe die Ware an, wenn es kleinere Mengen sind, ist Sofortauszahlung, wenn es größere Mengen sind oder teurere Sachen auf Kommission. Die Leute können sagen, was sie haben möchten. Ich sage ihnen, inwieweit das real ist, inwieweit nicht. Und also jederzeit sind sie herzlich willkommen und können kommen und bringen. Ich freue mich auf jeden.